Liebe Leute, wir wollen mal wieder was von euch wissen. Und zwar wollen wir diesmal von euch wissen, was ihr StudiVZ sagen würdet, wenn ihr StudiVZ etwas sagen könntet. Also was Nettes, was Lustiges, vielleicht auch was Böses, was ihr wollt. Liebes StudiVZ. Einfach hier unten auf Antworten klicken und dann das Video aufnehmen oder hochladen. Und damit habt ihr die unfassbar großartig sensationelle Chance beim elektrischen Reporter aufzutauchen. Vielen Dank.